Willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir haben nach dem letzten Level haben wir nun ein neues Side-Rift hier freigeschaltet. Das befindet sich hier. Ich weiß noch nicht genau, wo das ist, aber das suchen wir gleich. Als erstes suchen wir nach dem hier. Das weiß ich auf jeden Fall, wo es ist. Und zwar direkt im ersten Level. Also, ist gleich. Wie ich es mir dachte, hier oben, wo die da hinten dieses, äh, diesen Film drin mit dem Kaktus, wo man hier ausweichen muss, hier ist das Time-Rift. Wow, Dead Bird Studio Zeitriss. Das war's auch schon. Mit Ladezeit. Das ging super schnell jetzt diesmal. Okay, also. What? Ach, ist das wieder so eins? Oh, das ist wieder so eins. Okay, acht Bilder. Okay. Hm. Also, ich sag euch jetzt schon mal, ich werde wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht alle Bilder jetzt beim ersten Mal finden. Ich versuch's, aber wir wissen alle, dass das nicht happening ist hier. Nee, nee. Das wird links. Deshalb kümmere ich mich jetzt erst mal um meinen ersten Try hier. Guck mich hier natürlich gründlich um, damit ich alles finde. Oh. Und die Dinger sind auch noch wieder da. Die Cameras. Lights, Cameras, Action. Oh Gott. Muss ich aufpassen, wo ich hier hinlatsche. Kann ich hier hoch? Ja, aber hier soll ich, glaube ich, nicht stehen. Na gut, wie auch immer. Ich kann hier auf jeden Fall hoch, um mir das Ding zu schnappen oder auch nicht. Oh, was geht hier ab? Ähm. Dann gehe ich das anders an, oder? So. Boing. Boing. So, so wirst du die ganze Zeit machen. War nicht unter mir noch eins? Hä? Hä? Das ist so dumm. Wie alt hast du hier funktioniert jetzt? Ach, egal. Komm, dann gehen wir auch anders lang. Du, 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 du. Äh. Hier kann ich oben stehen bleiben. Ich kann hier rüber. Ja. Ich kann hier stehen bleiben. Nicht. Och, Mann. Ja, so. Geht doch. Geht nicht. Ich glaube, ich gucke schon mal nach, wo alles ist. Weil ich ja sowieso gestorben bin. Okay, hier gibt es zwei. Lesig. Einer am Ende. Und einer irgendwo auf einem Pillar. Auf einem Pullermann. Hehe. Okay. Da oben ist eins. Und dort hinten ist eins. Was gerade 5 FPS hat. Okay. Wir sehen sie beide schon mal. Das ist gut. So. Das hier kann ich mich schon mal nehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich hier brauche, um hier rauszukommen. Ich nehme trotzdem mal alles mit, was ich finden kann. So. Hier müssen wir auch noch rauf. Und aufpassen. Yeah, yeah. So. Wie kommen wir da drüber? Lass mal sehen. Okay, von hier. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Genau. Und dann den Sprung nicht versauen. Okay. Und jetzt haben wir es. Das waren die beiden hier. Ich gehe weiter. Hier gibt es drei. A ground floor. Lass uns jetzt mal gucken, ob ich es selber finde. Vielleicht finde ich es auch selber. Das ist ein Stück Papier an dieser Boxfest genagelt. Es ist eine Rechnung für eine Requisitenlieferung. Eigenartig. Sieht so aus, als wollte jemand Corgi Quest 7. Aber die Lieferung ist nie angekommen. Stattdessen haben sie anscheinend eine Box mit Fischen erhalten. Interessant. Äh. Was? Da will jemand noch was vertuschen, glaube ich. Wenn ihr mich fragt. Ich war nicht gezahlt. Na gut. Okay. Dann halt nicht. Hier sind die Herzen. Schön. Die bräuchte aber gerade nicht. Das war gerade Verschwendung. Äh. Aua. Komm ich nicht drüber? Gehen wir erstmal einen anderen Weg lang, wenn das nicht geht. Hier ist eins. Das ist... Das erste. Okay. Das ist das erste. Gut. Es gibt noch zwei weitere, die wir finden können. Können. Diese Welt ist irgendwie total verwirrend, finde ich. Ja. Okay, das ist easy. Aha. Okay, es gibt noch eins irgendwo mittendrin, da oben das. Genau das. Und dann gibt es noch eins. Okay. Wurde ich gleich mal gucken. Das habe ich irgendwie geschafft. Ich weiß auch nicht wie. Gehe mal wieder einen Sprint-Hut. Dann bitte ich, wenn ich kann. Schnell sein kann, genau. Ich habe keine Ahnung, was sagen Sie. Ich bin ein bisschen überfordert von der Situation hier. Ich gehe erstmal hier lang. Wie kommt man hier dran? So. Einfach drüber springen irgendwie. Okay. Vier von acht Bildern. Genau, zwei weitere gibt es hier aber noch. Und ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, bei dem Bild. Cool. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe einfach geguckt, dass ich zumindest mal irgendwo lande. Das können wir aufkriegen. Bonk. Okay, jetzt eine Krone. Krone nehmen wir auch gerne mal mit. Warum nicht? Was ist denn das Bild? Nee, das ist doch eine Krone. Äh. Okay, keine Ahnung. Ich lese es in Hebenwald. Vielleicht finden wir es einfach auf dem Weg. Und wie weiß ich, dass wir eins noch finden müssen. Genau. Okay, da können wir noch rüber. Für was Nettes. Boing, 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 boing. Let's go. Hm? Du, 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 du. Hier geht es schon weiter. Ah, da ist es. Da waren wir doch gerade. Wie habe ich das verpasst? Das ist die Glückschläge da rum. Und ich habe es verpasst. Na gut, jetzt wisst ihr, wo es ist? Das ist aber schon sechs von acht. Das ist krass. Okay, aber. Ich würde gerne noch das letzte Ding sammeln. Letzte Kronenstück. Weil das... Oh, da kann ich nicht weiter an den Ding. Okay, das Ding ist einfach nicht existent. Cool. Nee, also. Da ist ja noch eins. Ja genau, da ganz oben. Ich wette, da können wir auch noch irgendwie hochkommen. Oh, damn. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Aber, wir brauchen auch nicht alle, ne. Denkt dran. Es wird nie verlangt, dass wir alle sammeln. Also, wenn ich den jetzt da lasse. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Sollte es trotzdem alles passen und funktionieren. Hier gibt es ein Storybook. Direkt vorm Start. One of the Tides Breaking. Direkt vorm Start. Hier gucken wir mal. Oh Gott, da wollen wir nicht runterfallen. Ach, hier ist es doch. Das war's. Ja. Sieben von acht. Cool. Und nun sammeln wir noch ein paar... Äh. Hä? Hä? Okay, das fand ich jetzt gerade unlogisch. Aber egal. Sammeln wir jetzt noch ein paar... von den Dingern. Und was habe ich aktiviert? Hier. Okay, vielleicht noch was Wichtiges. I don't know. Ah ja, wir müssen alle von diesen grünen Schaltern aktivieren, scheinbar. Okay, weiß nicht, was die am Ende bringen. Aber das können wir dann auch herausfinden, denke ich. Ich müsste mal hier hoch. Äh. Kamera vorbei. Genau. Vollheilen. Und jetzt den großen, langen Jump darüber. Genau. Ähm. Nein, du hast mich nicht gesehen. Das ist eine Lübe. Und nun? Hier hoch? Nein, ich kann doch nicht hoch. Nein! Hä? Ach man, bro. Hä? Hä? Was war... Okay, Bug. Cool. Okay. Okay, hier kann ich stehen, oder? Hä? Okay, also ich kann zumindest hier rüber springen. War keine Ahnung, warum ich da nicht stehen kann. Das macht irgendwie keinen Sinn. Oder? Oder muss ich dafür weitergehen? Dann kriege ich eine Antwort. Fehlt mir irgendein Schalter oder so. Und dann gehen alle grünen Dinge an. Ich kann es euch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Wo bin ich? Wo bin ich? Nicht runterfallen. Bitte danke. Äh. Ja gut, das müsst ihr aber so oder so nicht einsammeln. Gehen wir aber weiter. In der letzten Ebene. Eine gibt es hier noch. Ein Storybook. Irgendwo an der Ledge. Okay. Passen wir auf. Hier können wir walljumpen. Bonk, bonk, bonk. Hier ist es doch. Okay, die sind in diesem Level nicht so schwer versteckt wie im ersten. Time Rift aus Mafia Town. Cool. Dann. Hier sind wir durch. Bam. 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 Komm her. Bam. Und das ganze Money aufsammeln. Denn wir machen ganz viel Money. Und durch. Doch was für ein Bild haben wir freigeschaltet. Conductor and Grooves. Big Dreams. Es gab einmal. Es gab einmal. Ja. Wild Westen und so Mondgalaxie. Genau. Vom Wild Westen ist das Schaffner. Und von der Mondgalaxie. Dieser DJ Penguin. Beide waren so Freunde. Oder beide haben sie Fernsehen geschaut um zu sehen. Aber haben wir Fernsehen gesehen. Sie können beide Nummer 1 werden in der Filmeindustrie. Und das war dann in dem Moment der größte Traum. Also haben sie beide Jahre später, wo sie größer waren, angefangen. Beide gleichzeitig dieses Filmstudio zu kaufen. Haben dann gemerkt, ey, wir haben uns beide gekauft. Und so wurden sie zu Feinden und statt zu Freunden. Und so ist alles irgendwie zerstritten. Und jetzt machen sie gegenseitig Filme. Wenn sie haben beide, das reicht dann zu. Nee, Weihnachten ist noch ein bisschen her, du. Oh, das sieht süß aus. Eine, für den Eishuhl zu Katzenohren. Ja, okay, warum nicht? Ein selbeer Sicker ist in Hedges Raum schon aufgetaucht. Ein weiterer, okay. Und da ist der Hut. Ist schon ganz schick. Oder? Ist schon niedlich. Ist schon ganz süß. Na gut. Suchen wir noch. Sollen wir noch das andere Zeitgriff? Das hier? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo an der Bar. Weil. Keine Ahnung. Ich denke mal, das wird hier sein. Ich suche mal danach. Okay, ich habe es gefunden. Direkt hier am Anfang, wo die an einem Rumlachen sind, in diesem Raum. Hier gibt es eine Bar scheinbar, wo die, wo das Timerift einfach rumliegt. Na gut. Ich hoffe, das ist wieder so ein Jump'n'Run Timerifter. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Und auch die habe ich jetzt eher Bock. Alter, das ist das, was wir vorhin hatten. Eulen Express. Ja doch. Die mit dem Bild. Ja, das sind immer diese. Mit dem Jump'n'Run Aspekt. Let's go. Hiya. Hier gibt es irgendwie Verband-Schnuren. I don't know. Warte, was? Ich darf rüberjumpen? Schaffe ich das? Ja, okay. Wenn ich es nicht mit den... Wenn ich es nicht mit dem Fahrrad versuchen würde. Weil ohne... Schaffe ich es auf jeden Fall nicht. Hä? Wo geht es denn hier lang? Oder schaffe ich das hier hoch? Nee. Hä? Hm? Nee, das schaffe ich nicht. Ich kill mich mal. Damit nochmal alles resettet wird. Okay, so. Das geht an. Ja, und dann? Nee, das geht nicht. Auch mit Schwung geht das nicht. Also irgendwie... Ah, warte mal. Nein, warum mache ich das? Oh. Aber ich glaube da links an dem Block kann ich vielleicht hoch. Das könnte funktionieren. Moment. Ich gehe mal hier mit. Und dann... Und dann... Ja. Das funktioniert tatsächlich. Ah, und jetzt komme ich darüber. Warte, wo bin ich denn gerade? Doch, das ist der Ort, wo ich hin wollte. Das ist jetzt gedreht worden. Ist der böse? Er ist böse! Der greift mich an! Warum? Habe ich ihm getan? Gar nichts! Einfach nur unfreundlich. Manche sind einfach nur unfreundlich. Oh Gott. Das bin viel zu schnell! Viel zu schnell! Aber ich habe es trotzdem easy-lurker geschafft! Okay. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Hier ist auch ein Schalter. Und hier auch. Und hier geht es weiter. Schön. Ich weiß. Immer alles kommentieren. Ganz wichtig! Bro. Hier war's. Hier gab es ein Checkpoint? Naja, teilweise. Okay. Jetzt nochmal von vorne. Also. Hier ist wieder so ein Gegner, der mich nicht mag ohne Grund. Ja, das hätte ich gerne gehabt, aber... Wenn es durch den Boden glücklich, kann ich auch nichts machen. Auaaa! Okay. Wir sind Gegner aus irgendeinem Grund. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Kann ich hier hoch? Ja, hier ist Collision. Gut. Immer weiter, immer weiter. Ja. Ja, der muss jetzt hoch. Nein, warte, der muss jetzt hoch hier. Okay. Jit! Wow. Und... Und da oben ist es! Ich hab's gesehen! Da hat's geleuchtet! Da hat's geleuchtet! Da bin ich hoch! Let's go! Und noch mal Bonus! Mein Remix! Neee! Gut, nee! Komm, das ist ein schöner Holt, den behalte ich! Der gefällt mir! Das ist doch ein cooler Holt! Oh, der ist super! Der ist super! Okay, damit haben wir das auch abgehackt! Oh no! Wo geht das nächstes weiter? Akt 4 und Akt 5! Nee, dann geht's hier halt nächstes weiter! Äh, ja! Versuchen wir's mal! Kostet 30! Zug-Sause! Die vierten Schlüsse-Item! Sonst kann der Akt unmöglich sein! Hä? Okay, schauen wir mal rein! Zug-Sause! Was würde ich denn fehlen? Okay, da ganz vorne! Wir müssen noch ganz vorne zum Zug! Von ganz hinten aus! Na gut! Was hier? Kann mich hinsetzen! Geh mal rein! Wir werden bereit sein! Das größte Action-Movie in der Welt-Historie! Das Film wird die Bombe! Ahahahahahahaha! Und bin ich eine Bombe in dem guten Weg, Peck-Nick! okay na gut ja alles wieder freundlich alles wieder gechillt diese komischen suspekten araben sind jetzt alle weg hier läuft der fernsehen habe ich durch ich muss ein bisschen sparen kann ich leider nicht leider muss sparen auf die nächste mission die kosten nämlich auch noch mal geld hier brauche ich irgendein okay wir kommen noch nicht weiter in diesem level gehen wir erst mal zurück zu haben und probieren uns mal in dem nächsten kapitel aus weil das kann man auch noch frei kaufen vielleicht können wir dann dort schadessen weitermachen gemeint ist natürlich das level hier die große parade und ja die können wir machen na gut wenn ich das hier noch nicht machen kann dann machen wir zumindest das hier schon mal wie das aussieht voll cool die eulen stadtmusikanten oder die dd feder stadtmusikanten das passt besser okay da hinten ist es schön und gut aber wir gucken uns mal um ich gehe ja schon ich muss ehrlich sagen ich mag das gebiet hier mehr als der zug ich weiß nicht es hat einfach es ist einfach übersichtlicher zu keine ahnung das ist so viel hin und her und die eine mission war noch viel zu lang und hier ist es chillig kurz alles was gefällt mir und warum sind die vögel hinter ihm eigentlich statik und warum sind die vögel hinter ihm eigentlich statik das aussieht okay klar parada und für die anführerin die diese stadt braucht genau über uns ist das wo wir hin müssen okay wir führen die parade okay wer so uns dankeschön schätzchen okay wo muss ich lang folgen die mir tatsächlich die fliege hinterher okay da muss ich jetzt nichts hin gut und nun wo immer hin und her i guess die folgen mir immer ah ja ja ich muss immer warten bis da eine neue mission auftaucht ha und jetzt kann ich ganz schnell weg nein ich glaube jetzt bin ich tot ich habe keine ahnung wie ich von hier aus wieder nach oben komme und sterbe ich was das geht noch das geht noch das geht noch das geht noch jetzt wir haben es noch und da hinten schon das nächste gespawnt ich bin nicht schnell folgt mir parade folgen sie mir ich hoffe die folgen mir ne das schaue ich nicht mehr gehe ich zum nächsten ich glaube ich muss nicht alle bekommen was was für paro technics da soll ich hin okay machen wir gleich machen wir gleich ah verdammt war das ärgerlich okay wir sollen überall hin wo die äh ja die hier die liga hin und dann aufpassen aber die schlagen nämlich das dinge gedreht auch zum nächsten schätze ich mal hoffe ich mal das jetzt gedreht ist okay hier lang sagt drehen ich kann mich nicht bewegen okay danke das ist ein herz okay ich gehe da mal hin ein herz kann ich schon gebrauchen da war eine münze bis gesehen da war eine münze weil ich gehe mal zurück kann ich die einsammeln war doch hier ja hier ist sie aber ich kann sie gerade nicht einsammeln okay lassen wir es ja ich gehe zum nächsten herz weil jetzt brauche ich leider die sporen wohl immer wenn man gerade low ist und ich bin halt gerade ziemlich low okay weiter weg ich brauche mehr abstand von den anderen wo gehen wir lang das haben wir schon gehen wir da lang zu dem ding das sollte ich in der nähe sein ja hier ist es schnell das war alle okay was stehen und mal in der reine stehen wo mich lang wenn was fehlt mir ich weiß aber nicht was wir sitzen da ecke die füge sind hinter mir sind richtig fest die sind super duper schnell und ich weiß nicht wo ich lang muss verdammt ich renne einfach nur im kreis vielleicht würde ich auch nur im kreis rennen ja hier hat es aufgehört ich kann jetzt wieder stehen ich glaube jetzt einfach nur die leiste unten vollfüllen dann chillen wir ein bisschen ich glaube das heißt es gleich blitzen wird und was sein stimmt das ja damit ist es jetzt wieder okay müssen wir auch anders lang landen war hier vorne hier wird auch wieder blitzen okay einfach hier die leute ich wollte nur lustig sein die schalter alle drei okay jetzt go offen weg ich bin ich würde abgeschossen scheinbar wir sind nur herzen lassen herz irgendwo ja ich werde abgeschossen okay einfach ignoriert einfach weiter machen zum nächsten oh gott hier blitzt ist es wieder okay einfach konzentrieren einfach konzentrieren und alles einsammeln alles was wir brauchen das hier das herz brauche ich das ist wichtig dass das herz bekommen weil sowas passiert hallöchen parade mein herz okay ich verließe es aber wieder weil ich keine ahnung wo ich lang muss leider das ist echt stressig die mission aber hat auch was hat auch was cooles an sich muss ich lang irgendwo mittig irgendwo da hinten bekommen kommen kommt 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 ja wir haben es wieder abwarten okay na gut gib mir das herz danke es sind voll viele raketen die mich umbringen wollen oh nein das ist nicht mehr gut nein 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 ich muss den kreis drehen leute folgt mir Yeah, yeah, folgt mir Unauffällig Wir haben's Ja, wir haben's, let's go Okay, war schon eine coole Mission Ich mag die Mission hier in der Stadt mehr Aber ich schneide das, bevor die mich noch treffen, ey Oh Gott Ja, und sowas hat der Pinguin mir aufgeholt Weil beim Zug kam ich ja nicht weiter DJ Groves als der stylische Mentor Kleines Mädchen als Paradeführer Wohnt Pinguine als hungrige Fanbase Der Standardkram Ich kann vorspulen Nicht viel, aber genug, um aufzuholen Und wie hier das große Finale aussehen wird Denn die haben wir ja jetzt freigeschaltet Haben wir nicht Nee Solange wir das Zugsaus nicht machen können Können wir wohl das Finale nicht machen Tja Okay Dann schätze ich werden wir uns beim nächsten Mal hier ein bisschen mit dem Schiff umschauen Vielleicht eine neue Welt betreten Weil hier können wir ja noch nicht weiterkommen Hier sind schöne Bilder Und ja, bis zum nächsten Mal Ich bin ja, bis zum nächsten Mal Ich bin ja, bis zum nächsten Mal